Vor allem, ich kann mir das Profil nicht anschauen von denen, aber Dr. Kiwi meinte wohl, der hat es sich angeschaut und die haben wirklich gerade erst angefangen. Der eine hat gerade noch keine Kills gelandet, seine KDA ist 0,000, wurde aber schon dreimal getötet. Einer davon war ich jetzt. Okay. Also ich hab, wie gesagt, Dr. Kiwi meinte, ich wäre jetzt so ein eiskaltiger. Selbst in den neuen Leuten würde ich direkt alles vermiesen. Lachen nicht schlecht. Also es waren komplett neue Frischlinge, ganz, ganz neu. Joa, wo nicht? Ist doch genauso wie ich, ich bin da rein und bin auch direkt ein paar mal umgedient worden. Ja, die werden direkt ins eiskalte Wasser geschmissen. Ja, bin ich ja auch. Ja, aber immerhin verlieren die ihre Jäger noch nicht. Ja. Stimmt, ich glaub bis Stufe 10, ne? Ja. Da bin ich ja schon lange drüber. Ja, aber ich glaub, ich glaub, da hast du recht. Ich glaub, bist Stufe 10 oder irgendwas? Ja, das haben wir 10, bis da haben wir diesen Jäger nicht. Ja, deswegen hatte ich ja teilweise 35 gehabt. Weil ich glaub, die schreiben da immerhin, du bist nur in diesem jungen Blutschutz oder irgendwas drin. Ist deine Probezeit. Hm. Probezeit ist abgelaufen. Tschüss. Achso, nicht auf uns schießen ist kein Trainingsmodus. Ich seh schon. Ja. 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 Ich glaub auch ein, es gibt ja auch ein Messer, hat auch direkt mit so'n Schlagring dran, ne? Der hat so'n Dorn dran. Hm. Den hab ich aber ungern genommen, weil wenn du ihn normal schlägst, schlägst du mit dem Ding, aber wenn du ausholst, dann stichst du zu. Ja. Ja. Und wenn du nämlich zustichst, ist scheiße. Ja. Wenn du vom Emulator stehst, ja. Ja. So, Ash Creek oder Schweinefarm. Da hinten ist noch einer. Aber das müsste schon... Der nächste sein? Ja. Ich hab hier schon aufgenommen. Okay. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob hier zwei gibt, ne? Kann ich dir nicht sagen. Ne, es ist am nächsten Grundstück. Ja. Aber es ist recht groß, das heißt, der kann nicht weit sein. Nee, deswegen... Oh, oh, hier ist ne Mutti. Ja. Und denk dran, diesmal nicht nur anvisieren und hinterherlaufen, äh, nicht nur anvisieren und hinterherschauen, sondern auch schießen. Ja, nicht schießen weg. So wie beim Kiwi, ne? Ja. Immer schön hinterherschauen, aber nicht schießen. Ja, bis er stehen bleibt. Ja, nicht mal dann. Erst wenn ich, als ich geschossen hab, hast du geschossen. Ich bin gleich beim Hinweis. Hier ist schon jemand. Wo? Oder? Ja, hier ist der Feind. Hier ist der Meuchler. Ach, okay. Jetzt mal. Ja. Noch. Ja. Ich such mir schon mal ne gute Position. Ja, ich nehm mal schon mal den Hinweis auf. Da ist der Hinweis. Mitten auf dem Feld. So. Das ist kein Ausgang. Hier liegt ein normaler Sparks. Und eine Stacheldrahtbombe. Und? Ja, ja, gut. Nehmen sie dir. Nee, die hat keine große Reichweite. Aber ich lasse sie mir als Notwaffe hier oben. Drei Waffen liegen hier oben. Naja, zwei Waffen. Seit wann liegen da Waffen rum? Immer eigentlich. Also eine immer mindestens. Irgendwo auf der Map liegt immer was rum. Aber hier oben liegt eine Sparks wieder. Und eine Winfield Diopter. Und die Diopter ist eigentlich ganz gut. Bis auf eine Reichweite von 100 Meter. Weil die halt 18 Schuss in einem Magazin hat. Da kannst du richtig ballern. Okay, wo stelle ich mich hin? Da bist du. Okay, dann stelle ich mich irgendwo hier unten hin. Ich habe von hier oben eigentlich das komplette Grundstück im Blick. Wo bist du denn? Ich leider nicht. Auf dem Hochland hier. Aber ich habe auch einen Scharfschützengewehr, die ich jetzt mal mit. Okay, das habe ich im Blick. Hat schon jemand wenigstens mal das Versteck entdeckt, damit wir dafür das Geld kriegen? Ist ja okay. Danke. Wenens etwas, wenn wir schon frecken. Ich glaube dann, die Hälfte des Geldes. Nee, muss nicht sein. Achso, Dreier-Teams. Ja. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Und rein ins Versteck. Wups. Das ist ein bisschen gepanzert. Okay. Pelican Island. Okay, dann brauchst du uns aber eine Weile, bis sie oben sind. Ja, aber es hat mindestens eine Gruppe auch bei uns auf der Seite angefangen. Mindestens. Wenn nicht alle anderen beiden. Ich sehe aber keinen. Noch nicht. Die kommen noch. Noch leuchtet es weiß. Für jeden Geräusch nur kein, äh, Dings. Ich wollte gerade fragen wegen der Haftbombe, aber beim Mäuschler bringt das nicht viel. Dann kann jeder Kakerlake einzeln eine dran heften. Hm. Aber ich kann schon mal was anderes machen. Wenn ich hier was finde. Ich glaube, hier unten... Hier ist glaube ich einer bei uns. Noch leuchtet es weiß. Ey, ich bin nicht auf dem Grundstück. Ich aber. Weil... Der Seeteufel hat sich gerade bewegt. Ja, machen sie öfters. Wenn sie sich in meine ihre Position... Von rechts nach links. ... fährt. Habe ich glaube ich gehört. Vielleicht haben wir auch ganz viel Glück. Es interessiert sich keiner für den Mäuschler wieder. Ja, weil der Butscher gerade nämlich interessant da ist, ne? Ja. Ah, ich kann schon mal. Bist du hier in dem Raum drin? Ja. Weil ich eigentlich gedacht, hier wäre noch ein extra Raum. Wo ich was zum Abfackeln suche. Noch leuchtet es weiß. Ja, das ist ne Lampe. Noch leuchtet es weiß. Na, komm her. Da hinten kommen welche. Wo? Da ist gerade einer gerannt. Aber ich habe nur einen gesehen bis jetzt. Aber es war einer auf jeden Fall. Der ist gerannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier Einzelkämpfer zulassen. Doch, da tun sie auch. Echt? Ja, natürlich. Was macht denn der Siegesmund? Ich bin nicht. Aber da hinten war auf jeden Fall gerade einer. Aus der Richtung Kohleunternehmen. Kohleunternehmen. Und die kommen, ja. Wo? Einmal hat der eine einen Bärenfüll auf dem Kopf. Und der andere sieht aus wie der Krokodilstibi. Ah, da. Ich sehe einen. Ja, ich sehe einen. Mitten durch. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Okay. Das war die Antwort. Ja, die sehen mich. Cool, ich sehe die gar nicht. Habe ich Krokodilstibi. Ja, da oben war einer drin. Da habe ich angeschossen. Der Krokodilstibi ist weg. Der ist weg, der Krokodilstibi. Ja, da oben ist einer. Und von hier kam gerade noch ein Schuss. Der liegt da, ja. Der Krokodilstibi liegt. Also einer ist weniger. Okay, ich sehe keinen mehr. Oh, ja, warte mal. Vorne ist irgendwo einer. Hier. Ja, einer schießt mit Brandmunition. Ja. Aufpassen. Hier ist einer gehüpft. Der läuft jetzt rot. Ich sehe keinen mehr. Da liegt der noch. Der Krokodilstibi. Ja, ich sehe ihn noch. Ich habe die Waffe da oben gesehen. Der hat gerade zugemacht. Okay. Im Turm oder was? Im Turm oder was? Ja, im Turm. Ich habe voll mal eine Lücke geschossen. Soll ich mal drauf schießen? Ja. Der hat gerade aufgemacht wieder. In dem Turm? In dem Turm in den roten. Hat mir jetzt zugemacht. Ja, 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 ja. Ich sehe es. Der hat gerade zugemacht. Bei mir ist zu, die Seite. Ja, da kann ich nicht viel machen. Ich habe voll mal eine Lücke geschossen. Ich besuche es gerade mal. Aber denkt dran. Einer liegt unten tot. Einer ist da oben. Wo ist der dritte? Ja. Nicht, dass der sich schon irgendwo ranschleicht. Ja. Okay. Okay, da liegt einer. Der hat sich angeschlichen. Siehste, ich habe es gesagt. Der dritte hat sich angeschlichen. Paul will reveal. Okay, ich glaube, der schießt zu mir. Bei mir vielleicht. Nein. Nein, zu mir. Mit Brandmunition. Ja. Der, der mich getötet hat, hat mich mit der Spezialmunition von seiner Kooper getötet. Ja, brennliche Munition. Der ist raus aus dem Turm. Der sitzt da hinten dran. Ja. Ist der noch da? Links ist einer drinne. Ist der noch neben dem Haus? Einer ist links bei den Mäuglern drin. Da sitzt er. Ja, da sitzt er. Hasse. So, Nummer zwei. Wo liegt das Kooper hier? Der liegt da. Ah, der liegt immer noch da. Gut. Der dritte ist bei mir drinne. Du meinst, der wird nicht seinen Partner erstmal hochhelden wollen? Der hatte gerade versucht, bei mich abzufackeln. Hat er dich? Nee. Du freust mich. Ich hätte nie versucht, ihrem Partner hochzuhelfen. Wäre er nicht zu mir gekommen. Hätte nicht angeschossen. Ah, es lebt noch? Ja, es lebt noch. Okay. Ich bin tot. Okay. Der im Turm ist platt, ja? Der war schon draußen. Ah, okay. Okay, ich liege auch. Der ist bei Eis. Der hat nämlich eine Flinte. Der ist hier unten bei dir. Da unten ist er. Ja, ich sehe ihn da. Anderes Team. Ja, ist ein anderes Team noch. Oh, scheiße. Das war's. Wenn es hier noch ein dritter Dreier-Team kommt. Oh, da unten ist einer. Links. Unter dir. Ja, hast du. Das war der, der mich getötet hat? Und mich. Bitte sag mir, dass es ist, es ist wahr. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich habe ein blödes Gefühl. Ach so, und nun mal die Medizintasche da, ne? Du wirfst es auf den Boden, aber du bist komplett geheilt. Ah. Ich höre gerade keine. Ja, hochgehen solltest lieber nicht. Ja, ich muss aber ab und zu mal mit mir einen Überblick verschaffen. Nicht nur das, wenn du nicht schnell wieder runtergehst, dann fließen sie am Kopf vorbei. Okay. Ich wollte gerade sagen, der Typ da hinten, der liegt aber noch. Der liegt noch. Da müsste der andere oben auch. Und der andere, der müsste da hinten liegen, aber den sehe ich leider nicht. Okay, sie sind, ne. Dann versuchen wir ihm mal hochzuhelfen. Ich wollte gerade sagen, ich muss langsam wahrscheinlich ein, weil ich höre nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob das Feld rot ist oder nicht. Ja, komm, probieren wir es. Bei mir sieht. Nur mal merken, wo die anderen beiden liegen. Die liegen bei Eis, oder ne? Einer liegt, ach ne, da liegt Eis und die anderen beiden müssen da dann liegen. Einer liegt doch bei Eis, der wollte doch gerade den Eis plündern. Ja, genau. Gleich habe ich mich gar nicht mal in die Waffe wieder. Das heißt, da oben, eins, zwei, drei, vier. Das haut nicht hin. Nee, nee, bei Dreierteams, es fehlen zwei Leute. Ich sag ja, es fehlen jeweils zwei Leute. Vielleicht auch aufgehoben oder aufgehoben. Wo sind die? Oh, da sind Zweierteams nur gewesen. Aber zwei Zweierteams, das wäre ein großer Zufall hier. Das ist ein scheiß Gefühl gerade. Ja. Oh, dann wären sie doch mittlerweile schon rausgekommen, oder? Oder die warten da drauf. Ja. Ach komm, ich probiere jetzt die Zeit. Oh, da warten sie wahrscheinlich nämlich. Loote mein Kumpel und dann Bäm. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Du hast einen Nekromant. Vergiss das nicht. Aber nicht im Aufnen machen. Dann kannst du ja direkt machen. Ja. Ist schneller. Ja, hier, ich nehme bitte eine. Löffelchen Gabelstellung. Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, Gaia sowieso, ja. Dann willst du mich auch noch erstmal looten lassen können. Ja, jetzt mache ich es ja bei den anderen. Hier liegen noch vier weitere auf dem Grundstück. Hast du die Auswahl? Nee, drei nur noch für mich. Zwei. Achso, oder ob sie... Ja, aber wenn du den einen jetzt schon gelootet hast, hast du beide weg. Einen habe ich gelootet. Ja, siehste. Nur noch drei für mich. Hier liegt der andere. Ja. Und wenn du zu mir gehst, kannst du eh drücken, weil dann bist du beim Einflussbereich. Das fällt, das war Eis, ja. Und ich habe noch so weiter ein Glück. Halt die Schnauze. So, zwei sind noch für dich. Nee, drei hat er noch. Einen habe ich noch geblendert. Ja, aber du kannst jeden Jäger zweimal looten. Außer du hast Geier halt. Oh, das hat mich noch. Ja, ich sehe es gerade, ja. Was? Messer nehmen. Ja, ja. Ich nehme die große Variante. Ja. So. Das lange Spielzeug war geil, ey. Loot deine Jäger schnell, ich will es auch mieten. Ja, erstmal will ich heilen. So. Nicht, wenn ich rausgehe, der ist da. Mach erstmal den da unten. Also doch, den ist. Da unten ist, ja, bitte. Der hat da Eis nämlich auch schon. Und dann noch die zwei da oben. Das ist komisch, zwei Leute fehlen. Ja. Jeweils ein zu jedem Team halt. Vielleicht haben sie sich aufgeteilt. Das war wirklich ein 2-2-team, das ist ja ein großer Zufall. Ja. So. 500 Geld. Das ist so. 100. Der, was tötet, der kriegt am wenigsten wieder. Wie gesagt, der eine muss da hinten im Gebüsch liegen und der andere neben dem Fels. Ja. Oder guck doch mal, vielleicht oben am Turm, vielleicht ist er doch drinne und er wurde getötet. Nee, der ist ja rausgekommen mit dem Bärenvölk auf dem Kopf. Vielleicht hab ich einen Rort zum einen erwischt. Ja, hier ist einer. Nee, hier oben ist keiner. Das ist der Krokodil, Stibi. Ja. Den nehme ich gerade. Eis, hast du den hier schon? 50 Geld. Eis, hast du den hier schon? Nein. Dann komm hierher, bitte. Bin schon auf dem Weg. Damit ich den nämlich auch noch looten kann. Hier liegt der andere. Genau. Der mit dem Wolf auf dem Kopf. Genau. Und nochmal 50 Geld. 50. 50. Wenn ich ganz viel Glück hab, krieg ich noch einen Bonus, weil ich wieder ein komplettes Team vielleicht ausgeschaltet hab. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ja, weiß ich nicht. So, links dabei. Wäre cool. Wäre cool. So, jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir auch mal Richtung Meuschler. Ja. Ein Platz mehr zum Aufheben. Ja, den hast du ja gerade gelootet schon, oder? Nee, den nicht. Ah, okay, sorry. Dann war ich jetzt gerade schneller. Weil dann hättest du machen können. Und ich hab jetzt den Plünder geiler. So, okay, alles klar. Der Dickerchen explodiert jetzt gleich. Was explodiert? Der Dickerchen. So. Wäre besser, wenn wir mal eine Axt suchen lieber. Oder einen Hammer. Nee, hat nichts fallen lassen. Einen Hammer hier. Hammer? Wo? Ja, hier, bei mir. Ah, okay, sehr gut. So, dann auch zum Beispiel rein. Bleibt ihr beide auch mal bitte draußen. Ich bleib draußen, ja, ja. Hier ist ein anderer Hammer. Weil ich weiß nicht, ob noch andere kommen. Ach, der Butsch ist schon längst weg. Ja, der ist schon weg. Die sind schon weg. Die sind schon abgehauen. Toll, den einfachsten Boss, den lassen sie wieder, ne? Äh, den lassen sie wieder in Ruhe. Dann kann es sein, dass auch gar keine Jäger mehr da sind. Hoffentlich. Wissen wir nicht. Das weißt du ja nicht. Aber ich hoffe es natürlich. Natürlich, ich hoffe es auch. Aber umgerechnet fehlen zwei. So, die warten am Ausgang. Der kann auch sein, aber... Dann sollten sie lieber ihre Partner hochhelfen. Ja. Das weiß man ja leider nicht. Deutsch, geh wieder rein. Kakerlaken im Gesicht. Wann mal nicht? Okay, es lebt noch einer. Von wo? Keine Ahnung. Hat dich ein Jäger getötet? Ja. Echt jetzt? Ja. Mit Giftmunition. Ich war oben auf dem Turm, also aufpassen. Ja, ich frage aus welcher Richtung. Ich wollte gerade sagen. Mit Giftmunition. Hm. Oh, scheiße. Ausfällt es weiß. Also muss ja noch außerhalb sein. War ja auch außerhalb, ne? Scheiße, wenn ich jetzt einen freien Blick zu dir hätte, dann könnte ich... ...sehen, ob er dich looten will. Ich glaube eher mal hinter mir, weil ich genau den Ganglapflauf frei hatte. Also Richtung Pearl Plantation, ja? Was für eine Waffe hat er gehabt? Das kann ich jetzt nicht mehr sehen. Doch, das siehst du auf dem Menü. Das ist ganz wichtig, weil ich muss das wissen, ob es Scharfschützengewehr ist oder kurz. Scharfschützengewehr, aber ein großes. Was für eins, Name? Mit Zielfernreuer? Ja. Okay, dann kann ich davon weiter weggeschossen haben, ja. Ja. 82 Meter. Okay. 82 Meter. Das kann entweder hier auf dem Grundstück sein. Ich glaube eher hinter mir. Das hättest du schon gesehen. Das dritte Partnermitglied von den anderen. Einen von beiden. Ich würde mal sagen, eins war bestimmt ein Zweierteam, kann schon sein. Aber einer ist bestimmt ein Partner noch. Was ist das so zu mir gekommen? Ich würde gerne wissen, dass wir den Boss killen. Ja, dann killt einer den Boss und... Feld ist weiß. Okay, Kiwi, kannst du ein bisschen danach Ausschau halten? Das heißt, ich gucke gerade auf Eis. Okay. In seine Richtung. Kannst du auch unten rumgucken? Vielleicht, dass er da irgendwie rumläuft? Ich gucke ja unten. Ich habe da so ein bisschen den Blick. Okay, dann gehe ich wieder rein. Ja, wenn's gut. Ja. Dann renne ich immer nach Himmel raus. Der wird wahrscheinlich warten, bis ich auskomme. Muss da halt nur so rausgehen, dass es passt. Ich weiß nicht, ob er interniert war oder vor mir. Du liegst mit dem Kopf zu mir, so gesehen. Also muss er aus der Perplantation Richtung geschossen haben. Kiwi, ist es von deiner Position aus möglich, eventuell auch ab und zu mal einen Blick auf die Toten zu werfen? Ich kann nur auf die beiden Toten hinter mir werfen. Okay. Auf den Wolfstypi und auf den anderen Typi. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er eventuell auch versucht, vielleicht seinem Partner auch zu helfen. Es ist Teampartner sind, meinst du? Einer vielleicht von denen. Ich weiß nicht, leider. Weil ich weiß, der Kopf fliegt in meine Richtung. Das heißt, der kam aus der Perplantation. Du hast ja immer gesagt, du fällst ja in die andere Richtung. Und der Schluss kam, ja. Ja. Und da der Kopf ja zu mir zeigt, hier. Dann dürften wir, dürften wir ja den eigentlich gleich sehen, oder? Oder ist es wirklich schon Einzelkämpfer? Warte, bevor du den töten und verbannst. Ich gehe alles durchhelfen und dann verbannst du den. Okay. Dann hat er volles Leben, der Eis. Sei aber vorsichtig. Wenn du jetzt auch noch drauf gehst, dann habe ich echt schlechte Karten. Weil ich weiß nicht, wo er dann ist. Habe ich, scheiße, ich habe keinen, ich habe keinen Nekro. Wer hat da die Bären voll hingelegt? Ich. Super. Ich konnte die nicht wegschmeißen, deswegen habe ich sie hingelegt. Ich behalte dich mal im Auge, im Zielfernrohr. Ich sehe dich. Ja, ich bin erstmal reingerannt. Ja. So, ich belebe den wieder. Okay, warte, geh schon. Ich hoffe von drinnen, ne? Komm rein, jetzt komm rein hier. Komm zu mir. Warte, 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 ich bin beim Mäuschler. Ja, bin drin. Da sitzt er, ja. Ich mache hier alles zu. Ja. Guck nicht raus, komm in die Mitte des Raumes. Ich bin hier doch in der Mitte. Ich kann nur hier aus dem einen Fenster rausgucken. Wie gesagt, der muss nur irgendwo eine gute Position haben. Also da eigentlich kann ich nur gucken. Und der kann dich durch die Scheibe treffen, wenn du eine gute Position hast. Ich habe keine Scheibe hier. Du hast in dem Turm drei Scheiben. Ja, aber ich bin, ne, ich bin aber gedruckt, mich sieht er ja nicht da. Du, das Holz kann auch schieben. Ja, erstens das. Und es wurde immer so gemacht, dass du immer ein bisschen von oben rum vom Kopf siehst. So, dann stecke ich mich hier hin. Ja, so ist besser hier. Also ich sehe euch beide da oben, ja. Und ich gucke hier ab und zu mal ein bisschen raus. Ja, ich versuche mir gerade hinzustellen, aber jetzt geht's. Vielleicht guck mal zu den anderen beiden rüber. Vielleicht ist es wirklich ein Einzelkämpfer. Werden wir ja gleich sehen. Werden wir es rausschaffen, ja. Ja, auch nicht. Der Ausgang ist raus, weißt du. In der Aufzählung werden wir es ja auch sehen. Ja, unten sind die Ausgänge. Wunderbar, toll. Beschwisterer kann es nicht sein. Ich komme an Eis nicht vor. So. Ach, ich bin nicht für dick. Ne, man, wir backen das Spiel. Richtung Pearl, seht ihr nix? Ich kann nicht, weil bei mir das Spiel backt. Entweder weil Eis bei mir gerade in der Nähe ist, weil er mich nicht durchlässt, weil er zu fett ist. Jetzt kann ich mich gerade, ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, danke. Also Richtung Pearl, also bei dem Erstpreisenaus sehe ich nichts. Da habe ich auch geguckt, da ist nichts. Ich denke eher mal, dass es von da kommt oder so. Eis, Eis, Eis. Geh mal bitte in dein Menü rein und schick mir mal ein Foto per WhatsApp, bitte. Ich will mal wissen, was genau da die Daten sind. Okay, ich bin ins Menü. F wieder in dein Menü, damit du den Jäger siehst, die Waffe siehst. Geht nicht mehr. Das geht nur, wenn ich liege. Ja, er ist mal wieder am Leben. Also stimmt ja, ah, stimmt ja. Sonst hätte ich mal den Jäger und alles gesehen können. Ob es ein dunkler Jäger ist, ob es ein heller Jäger ist. Er ist dunkel. Dunkle Kleidung oder ein schwarzer Typ? Dunkle Kleidung. Legendärer, kostenloser. Das weiß ich nicht. Da ist er, da ist er. Wo? Wo ist es denn? Nein, es ist ein Zombie, okay. Nein. Dunkle Kleidung hat er angehabt. Nee, da ist das Einzige, was gelaufen ist. Das war ein Zombie. Boah, das macht mir gerade Kopfschmerzen, ne? Ja. Das lief bis jetzt so gut. Habt ihr gesagt von dem einen Tod von mir? Ja, Kleinigkeit. Ja. Ich mein, hast ja nur vier Leute gekillt. Aber warte mal, ich nehm die Trophäe gleich auf und dann setz ich mal einen Blick ein. Ja, ist am besten. Und dann seh ich ja, ob irgendwas in der Nähe ist. Wenn's nämlich nicht ist, dann ist er entweder weitergerannt oder der ist weiter weg. Ich komm mal runtergerannt. Warte, ich komm. Ich geh runter. Heb das Ding auf. So, guck mal einmal. Hey, ach du rennst hier auch. Ja, ich renne hier. Es ist nichts Rotes hier. Der muss weiter weg sein. Wahrscheinlich zum Ausgang schon gerannt. Kannst du sagen, ich konnte hier nix Rotes sehen. Ich mische wieder hin und dann kommt der. Nee, 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 nee. Wir müssen jetzt überlegen. Wie machen wir das? Den Eis kann er nicht sehen. Soll er vor uns vorausgehen oder soll er hinter uns nachkommen? Hinter uns nachkommen. Beziehungsweise zwischen uns. Nehmen wir noch das Bessere. Okay, das heißt, wir laufen jetzt über die Pearl Plantation Richtung Ausgang. Aber die Säle. Also über die Pearl aber. Ich lauf jetzt hier so rüber. Dann kommt erst der Eis und dann du. Na warte, hier sind Wassertöffel. Und ab und zu mal einen Blick einsetzen, ne? Ja. Eis, kommst du? Alles gut. Ja, wo seid ihr denn? Ja. Wir leuchten. Wir leuchten. Wir gehen wieder runter. Äh, Hund, 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 Hund. Ich weiß nicht, ob der wirklich unten bei Abba Diesel wartet. So, Hunde getötet. Vielleicht wäre es besser, wenn wir bei Fort Boren rausgehen. Wo ist der langgerannt? Wir wissen es nicht. Ja, deswegen, ja. Hast du schon mal geguckt? Ich hab schon. Bis jetzt war nichts. Okay. Komisch. Das ist mir gerade Kopfschmerzen, ey. Oh, ihr seid Hunde. Scheißegal. Was ist? Das war ich. Hey. Das ist mir schon klar. Warum? Hunde. Nichts. Okay. Also in welcher Reihenfolge laufen wir gerade eigentlich? Äh, du, ich, Eis. Äh. Also schmeiß mir den ganzen Plan über den Haufen. Wir rennen einfach. Okay. Wenn einer drauf geht, dann wissen wir auf jeden Fall, da ist noch einer. Ja, wenn ich drauf gehen möchte. Aber ab und zu den Blick mal einsetzen. Mache ich ja. Ich hab nur noch zwei Sekunden, weil ich das mache. Drei hab ich noch. Am besten vorm Ziel noch einmal. Wir sind bald da. Hauptsache überleben. Ja. In einem Stück. So, ich seh die Kutsche. Und? Nichts so rumschnüssen. Oh, okay. Okay. Hinter uns ist ein Zombie. Nein, nicht so rumschnüssen. Bin bei der Kutsche. Okay. Sehr gut. Nimmst du das gerade auf, Eis? Das nimm ich auf. Ja, ich nimm das auf. Ja, ich nimm das auf. Okay, das wird ihr mich mir gerne mal anschauen. Weil ich möchte gerne wissen, wer dich da getötet hat. Seid er schon. Weil das interessiert mich nämlich mal. Ja, ich hab aber auch nicht gesehen. Ich konnte auch noch nicht mal hinterher gucken, wo der, wo der, wo der, wo aus der geschossen hat. Ich hab's ja gesehen, ich hab da eine, eine Liegenheit. Du lagst mit dem Kopf zu mir. Das heißt, außer Pair Plantation hat er geschossen. Und wenn du sagst, der hat eine Winfield-Scharfschütze gehabt mit Giftmunition? Würden mal interessieren, was für ein Typ das war. Das ist auch die längste Folge. Was? 37 Minuten. Echt? Ja. Hatten wir keine anderen Folgen, die länger waren? Nein. Da sind wir schneller gestorben. Ja. Autsch. Und da war ich ja noch blütiger Anfänger. Ja, okay. Da hoffe ich jetzt nicht weiter eingehen. Ja, ich weiß. Ich meine, andere waren heute auch blutige Anfänger. Wieso? Und da hatte der Herr Baron kein Erbarmen mit. Ach so. Ja. Eiskalt. Ein Sterne-Tippie. Egal. Wird abgeknallt. Ein komplettes Team. Ein Drei-Sterne-Team. Was? Nee. Von einem wurde, einer wurde nicht getötet. Dann war das der eine. Der andere, das wurde ausgeschaltet. Es gab ein Zweier-Team nämlich. Also, wie viel haben wir jetzt getötet? Wie viele Teams? Vier Leute. Also, ein komplettes Zweier-Team wurde getötet. Und ein Einzelner. Nein, nein. Es gab keinen Einzelnen. Also, ein Dreier-Team und ein von dem Zweier-Team dann? Ja, und das Dreier-Team, der Typ, der noch am Leben war, hat nämlich den Eis noch getötet. Blinky Hirt. Ah, okay. Also, war von dem Dreier-Team noch einer übrig, sozusagen? Und von dem Zweier-Team ist das Team aber komplett weg? Ja. Ein Zweier-Team und fast quasi ein Dreier-Team. Okay. Ja. Okay. Ich hätte echt gerastet werden, Einzeltyp noch gewesen, vielleicht. Oh, ich habe jetzt auch einen neuen Slot fürs Loadout. So, aber ich bin jetzt raus. Okay. Okay. Ja, wie ich gesagt, dann schreib mir halt, wie es bei dir aussieht. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, deswegen morgen hast du ja gesagt. Achso, ja. Nee. Wie gesagt, also, wenn es früher gehen würde, ja. Aber morgen Abend muss ich wieder zurückfahren. Nee, dann geht es morgen also nicht. Nächste Woche, also ich kann. Ich muss gucken. Ähm, ich habe noch Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich noch Spätschicht. Okay. Das heißt, es wäre bis, äh, also Sonntagabend, Montagabend, Dienstagabend. Wo ich sagen muss, Sonntag eher ungern, da ich hier noch zu tun habe. Also, wann, was? Ich schreib dir morgen, wenn ich oder irgendwann meinen Plan habe, damit ich genaueres weiß. Alles klar. Okay. Ich hab nächste Woche nur einen Tag frei. Ich auch. Ja, wie gesagt, bei mir, bei ihr ist ja normal mittlerweile. Ja, nee, wie gesagt, ich hab heute schon lange überlegt gehabt. Ich werde wahrscheinlich jetzt schauen, dass ich in der nächsten Zeit aus der Gastro rausgehe. Ich hab kein Bock mehr. Also, ich will ehrlich sagen, mir gefällt mein neuer Job jetzt, bei Edeka in der Theke. Was? Ich find's geil, ja, ich find's lustig. Ich will nichts mehr mit Lebensmitteln machen. Ja. Hey, du hast hinter der Fleischwurst-Käse-Theke hast du Knoblauch-Käse und Balsamico-Käse und Salbei-Käse. Das ist doch alles Käse. Ja, genau. Käse. Käseparty. Ja. Ja, dann bring doch dein nächstes Mal Käse mit zum Spiel. Ich hab ja hier schon Knoblauch-Käse heute gegessen. Achso, deswegen hat der Jäger mich getötet. Du hast mich mit Knoblauch eingerieben. Das war das Gift. Also, bis dann. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.